Am 23. Juli, noch Licht nach Neher, spielte sich mitten in Berlin im Tiergarten offenbar eine Szene ab, die man sich am besten schwarz-weiß vorstellt, wie die Agentenfilme aus den frostigsten Zeiten des Kalten Krieges. Zwei Personen gehen spazieren, ein Auto stoppt, Bewaffnete steigen aus, zerren die beiden ins Auto, sind auf und davon. Und dann taucht einer der Entführten dort wieder auf, wo er ursprünglich hergekommen war, nämlich in Vietnam. Als Gefangener des Staatsapparates. Der deutschen Bundesregierung gefällt dieser Thriller überhaupt nicht, berichtet Andreas Künast. Als Herr Tan wieder auftaucht, vorgestern im vietnamesischen Fernsehen, ist sein Tag im Park genau eine Woche her. Er muss sich sicher gefühlt haben, zwischen den deutschen Bäumen und den deutschen Dichtern. Im Tiergarten lässt sich Herr Tan sogar fotografieren. Ein Vietnameser in Berlin, ein Mann im Park, ein Konzernchef auf der Flucht. Trinh Xuantan, 51, letzte Adresse, Hanoi, ist Vietnams Parteifeind Nummer 1. Mit grafischer Sorgfalt erzählt das Staatsfernsehen die Geschichte eines korrupten Erdölmanagers, der die Sozialistische Republik um 3,3 Trillionen vietnamesische Dong bringt, etwa 125 Millionen Euro. Vor 10 Tagen wird Tan von seiner Bank gezerrt. Bewaffnete Männer, asiatisches Aussehen, es geht ganz schnell. Der Geschäftsmann verschwindet in einem Auto. Ende einer Flucht und Beginn einer monströsen diplomatischen Krise. Die Entführung des vietnamesischen Staatsangehörigen Trinh Xuantan auf deutschem Boden ist ein präzedenzloser und eklatanter Verstoß gegen deutsches Recht und gegen das Völkerrecht. Dass es die Botschaft Vietnams höchstselbst ist, die die Entführer schickt und schützt, davon ist das Auswärtige Amt überzeugt. Botschafter Hung, hier vor 3 Wochen, wird einbestellt und schweigt. Zur gleichen Zeit melden Vietnams Medien. Sensation, der frühere Petro-Vietnam-Chef Tan stellt sich selbst der Polizei. Mein Mandant, mit dem ich mehrfach über seine Situation gesprochen habe, hätte sich niemals freiwillig gestellt. Denn es war ihm vollkommen bewusst, dass er in Vietnam kein rechtsstaatliches oder auch nur annähernd rechtsstaatliches Verfahren zu erwarten hätte. Tan sei nicht korrupt, sagt seine Anwältin. Er sei längst entlastet. Ein Opfer KP-interner Machtkämpfe. Den unfreiwilligen Flug sollen die Agenten als Krankentransport getarnt haben. Start wohl irgendwo in Osteuropa. Als Konsequenz aus diesem völlig inakzeptablen Vorgang werden wir den offiziellen Vertreter der vietnamesischen Nachrichtendienste an der Botschaft der Volksrepublik Vietnam unverzüglich, und zwar jetzt, zur Persona non grata erklären und ihm 48 Stunden geben, Deutschland zu verlassen. Aus dem Tiergarten verschwindet ein Asylbewerber und taucht in Hanoi wieder auf. Herr Tan hat sich sicher gefühlt in Berlin. Und nochmal Nachrichten. Die Lufthansa hat das gewinnreichste Quartal ihrer Unternehmensgeschichte hinter sich. Auch das komplette erste Halbjahr brachte einen Rekordwert mit einem operativen Gewinn von gut einer Milliarde Euro. Als Grund nennt die Fluglinie steigende Passagierzahlen, sinkende Kosten und ein gutes Geschäft mit der Billiglinie Eurowings. Schwarze Zahlen schreibt inzwischen auch das lange schwächelnde Frachtgeschäft.